Die Kandahar in Garmisch. Eine der steilsten Skipisten der Welt. 92 Prozent Gefälle, Spitzengeschwindigkeit 140 kmh. Sie ist saugefährlich. Ich sag euch eins, veräppeln könnt ihr mich nicht. Das ist die Kandahar, das weiß ich ganz genau. Und das heißt auf bayerisch so was wie super gefährlich war da nicht runter. Gute Musik Puh! Grüß dich, Schneehaser. Servus! Ari! Guck dir Marc 10 Sekunden in dem Outfit an und werd nicht blind. Das wird aber schwer. Heute hat mir meine Mom wieder was Schönes rausgelegt heute Morgen. Bierexpress auf der Kandahar. Ari, jetzt pass auf. Du bekommst von mir einen kleinen Tipp, was gleich passiert. Du startest oben mit drei Liter Bier. Ein Liter, zwei Liter, drei Liter. Hier unten muss die Hälfte ankommen, also eineinhalb Liter Bier. Erst dann hast du gewonnen. Ah, da sind bestimmt schon Leute gestorben. Da ist sogar schon mal jemand gestorben. Das ist es? Das ist es? Ist das eine Scheiße? Scheiße. Was ist denn noch? Alter, da ist das Gras, wie es da runter geht. Ihr müsst euch das vorstellen, man sieht es in der Kamera immer nicht. Aber das hier ist gerade und dann geht es einfach so hier runter. Das Beste, was passieren kann, ich werd nass. Bei der Temperatur natürlich super. Oder ich knall hin. So ein Unsinn, ey. Ich seh auch noch so peinlich auf. Tja, im Gegensatz zu mir, Baby. Absolut, ja. So, Ari. Ein Liter. Ach, scheiße. Ist der zweite Liter. Das ist eine blöde Aktion. Schaut euch dieses Bild an. Leute, dafür lebe ich. Dafür lebe ich. Ich bin drauf und dran, diese Challenge zu verlieren und dir es einfach hier über den Kopf zu ließen. Ladies and Gentlemen, so was hat die Skiwelt noch nie gesehen. Vollkommen zurecht, weil es einfach richtig blöd ist. Drei Liter Bier auf dem Weg ins Tal und müssen 1,5 die Hälfte ankommen. Für mich ist es heute ein bisschen schwer einzuschätzen, weil ich letztendlich nicht so wirklich weiß, wie gut Ari skifährt. Ich weiß nur, dass sie skifährt und dass sie wahrscheinlich selten mit Maskrügen in der Hand skifährt. Los geht's. Da geht's runter. Okay, okay. Heute muss es nicht geil aussehen. Einfach nur gut runterkommen, Ariane. Weg, weg. Achtung. Links Kurve. Und. Bei der Kandahar gibt es drei Probleme. Erster Problem, wenn du eine Kurve fährst, fährst du Schuss runter, wirst du richtig schnell. Dann kommt ziemlich schnell Problem 2, entweder eine Eisplatte oder alternativ Problem 3, ein Berg. Und du merkst ja schon, das ist ja nur am Schütteln und platscht die ganze Soße raus. Okay. Zwei, drei. Ach du Scheiße. Alter, Aina. Geil. In jeder Kurve kriegt sie richtig viel Speed. Ja, servus. Jitzi. Ihhh. Das ist klitschnass. Ich steck nach vier. Kurve. Schau mal nach oben, wie steil es ist. Ich kann es! Ich kann es! Oh! Alter, da schwanz, da schwanz, da schwanz! Eieieiei. Ich bin schon klitschnass, ich weiß. Ich weiß nicht, was da oben los ist. Aber hier in den Händen läuft es gut. Besser als ich auf jeden Fall dachte. So Leute, jetzt kommt gleich eine der steilsten Passagen von der Abfahrt hier. Und zwar genau da. Ari, schau mal jetzt rechts runter. Steil und kurvig wie ich. Los geht's. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay. Rein da. Eins, zwei, drei. Alter! So. Oh, oh, oh. Schwapp, schwapp, schwapp. Wie kann das sein, dass du so nass bist und noch so viel Bier da drin hast? Ich weiß es auch nicht. Es ist der Angstschweiß oder meine laufende Nase. Oder ist es vielleicht doch kein Bier, was da unten ... Ja, oder vielleicht auch was anderes. Aber mir ist ordentlich warm. Das ist dann auch okay. Ari hat jetzt ungefähr so die Hälfte der Strecke hinter sich. Das hat Bier gekostet. Beim Skifahren darf man nie leichtsinnig werden. Auch wenn du denkst, das läuft mega easy. Eine Sekunde später kannst du ziemlich auf der Fresse gehen. Und das könnte immer noch passieren. Weil es ist halt superrutschig. Gar nicht rüber, ey. Oh, was ist das? Oh, 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 oh! Oh nein! Also man sieht schon, hier ist lauter Eis drunter. Genau das ist jetzt, worauf ich hoffe, dass Ari aus so einer kleinen Eisplatte wegrutscht. Was für ein kranker Satz, aber ich sag's, wie es ist. Meine letzte Hoffnung ist ... ein Sturz. Wenn's Ari jetzt hinhaut, dann ist das Bier weg und sie hat verloren. Boah! Das alte Sulz-Scheiß! Uh! Alter, warum passiert mir das so nicht, der Ari? Aber es wird schon knapp. Das ist ja die Hälfte. So eine kleine Eisplatte, so eine ganz kleine Eisplatte, nur so, dass man so kurz so ... Oh ja, oh ja, oh, oh! Ah! Jetzt kommt die letzte Herausforderung. Der Zielhang. Ui, 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 ui! Alles gut, alles gut. Boah! Das sieht richtig gut aus! Es sind nur noch drei, vier Kurven. Jetzt mach ich einfach keinen Fehler mehr, trotz dieser massiven Eisplatten. Und dann hab ich's. Also positiv ist schon mal, ich lebe noch. So, wir machen jetzt den ultimativen Test. Also. Aua. Das ist ein Liter schon mal. Das ist schon mal ein Liter. Vorsichtig. Und da passt ein halber Liter rein. Und jetzt ist es soweit. Die Krönung einer unglaublichen Karriere. Gold für Ariane Alter im Bierski. Ist das emotional? Damit steht's 2 zu 0. In Das schaffst du nie Best of Five. Ich sage nur, Wintersport scheint mein Ding zu sein. So, mach deine Endcard. Servus, wenn euch das genauso gefallen hat, dann lasst doch mal ein Abo da. Hier war ich auf der Olympiaschanze mit einem Zipfelbock. Das ist kreuzgefährlich. Und hier seht ihr Always Caro. Erkennt ihr die Serie mittels Funfikt? Prost. Nee. Prost. Na ja. Ja. Vielen Dank.